So, wollen wir? Können wir heute Abend hier was kochen? Wir haben unseren Spielerabend und der ist heilig. Spielabend? Komm einfach mit. Dann lernen Sie endlich mal den Grund kennen, warum Sie mich seit Wochen nicht mehr sehen. Weiß ich nicht, wo ist denn das? Grunewald. Im Grunewald? Wow. Wir haben doch schon alle im Monopoly des Lebens gewonnen. Alter, es ist einfach nur ein Spielerabend. So viel kann da nicht schief gehen. Möge der Beste gewinnen und möge ich der Beste sein. Bei einem Spielerabend im Grunewald kann alles schief gehen. Ich find den toll, der ist lustig und ich fühl mich einfach wohl in seiner Gegend. Äh, ich geh schon. Ich hoffe, dass Sie es jetzt nicht irgendwie unangenehm haben. Plötzlich taucht der Ex hier auf. Matthias. Fuck. Such den Scheißvogel. Ich bin Ugandur, der allmächtige König der Elfen. Mach ihn fertig beim Spielen. Ich fordere dich heraus. Oh. Lass uns das wie Männer reden. Auf den ersten Blick. Unentschieden. Peniswitze. Sehr originell. I like this. I like this. Noch ein Ex-Point. Mit Möge. Tieren. Möge. Tieren. 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 Vielen Dank.